hallo freunde servus und grüß euch auf meinem bayerischen kanal sonjas herz reisen vegan und roh ich möchte heute mit euch einen grünen smoothie für fortgeschrittene machen fangen wir an eine kacki heidelbeeren gefroren und wieder aufgetaucht nachdem es jetzt winter ist muss man die gefroren kaufen hier habe ich troja linsen sprossen brokkoli einen ingwer und einen kurkuma bisschen hamfsamen leinsamen rohkost qualität eine halbe esslöffel gemahlen nuri alge ungefähr einen halben esslöffel für meinen bedarf an jod zimt cayenne pfeffer gegen die parasiten chlorella für die schwermetall ausleitung entgiftung eine tagesdosis 15 presslinge ein gereinigtes wasser und einen frischen mangold alles bio zimt 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 So, 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 so. So, mein Smoothie, der ist jetzt rot und nicht grün, weil die Farbe von den Heidelbeeren so überwiegt, aber er schmeckt super lecker, das weiß ich, weil ich den jeden Tag trinke und er gibt mir ganz viel Energie, danke, dass ihr mir zugeschaut habt und ein schöner Tag, bleibt gesund, servus, pfiat euch. Hier siehst du das Obst und Gemüse, das ich im Wechsel für meine grünen Smoothies verwende. Grapefruit, Banane, Granatapfel, Kaki, Birne, Jeremoja, Heidelbeeren, Papaya, Apfel, Kiwi, Orange. Hier das Grün, ein Mangold, ein Stangensellerie, ab und zu ein bisschen ein Spitzkohl oder ein Wirsching, das Grün von den Radieschen, Petersilie, Pak Choi, Brokkoli, Schwarzkohl, Grünkohl und den Spinat und sehr gerne benutze ich auch das Grün von den Karotten und am allerliebsten die Wildkräuter und die zeige ich euch dann, wenn ich hier mal einen Wildkräuter Smoothie mache. Für dich!